Nein, jetzt keiner hätte gezählt, das ist alles meins. Ist geil, man. Kann ich mir wieder ein Happy Mutes Geschenk kaufen? Danke, man. Lalalala, lalalala, WANN! Es gibt einfach drei Mini-Spieler in diesem Spiel, Alter. Ey, lass den Tod doch mal in Ruhe, man. Er hat sich genug gelitten. Warte, ich will es noch mal sehen, ich will es noch mal sehen. Warte, warte, ich will es noch mal sehen. Jaaa! Aha! Wie er einfach hochfliegt, Junge. In Mario 64 war er hässlich, aber in Mario Party ist er süß. Oha, ich gehe nicht so auf meinen Toad. Es liegt größtenteils an dem Gesicht, glaube ich. Sei ehrlich, es liegt nur an der Super Bowlie. Nur weil er fetz-fett ist. Alles klar, Mitzi, ich hab's verstanden. Nein! Zwei Pippen! Huuhu! Ich hab' mal wieder die Eile Mario gemacht. Wer kommt mit? Äh, Donkey Kong. Und Wario. Ne, und Luigi. Warum nicht so ein Mist? Ne, können wir nichts mehr machen. Normal? Ne, normal? Wirklich? Ich hätt' gesagt schwer. Hm! Wir haben einmal besser gespielt. Ja, aber auch normal sind die schon ziemlich schwach. Guck mal wie low-res alles ist, Alter. Da spielen wir. Ich hätt' gesagt, Yoshis Tropenwinsel. Juhu! Yoshi! Oh, 50 Runden, äh, ja. Dauert er nicht nur 5 Stunden. Yoshis Tropical Island! Es ist etwa Werbung hier für das Tropical Island. Es ist etwa Werbung für Yoshis Island. Oh, wie süß! Oh! Yoshi! Hier musst du den Yoshis helfen, dass sie sich wieder vereinen. Äh... Was mit Werbung? Nein, nicht so wie du denkst. Jo, was geht ab? Ich bin Scoopermann. Ich wüsste alle wieder spielen funktionieren. Das ausfangs an jetzt. Hab keine Zeit, man. Okay. Ja, ist klar ein Zähl. Na, 5 Dritter, Junge. Ist doch lächerlich. Hu, hu! Das sind die einzige Wollste, die Mario hat. Ja. So, hier, Standkapital. So, und jetzt macht mir ein bisschen Quello, Alter. Ich brauch das Pate. Oh, der arme Pink, wie traurig er ist. Wie er rumtanzt. Boah, das Spiel sieht so komisch aus im Vergleich zu Mario Party 2. Ja. Filder sind einfach so ultra klein. Ist also rausgesucht irgendwie. Oder es wirkt gleich auch nicht so. Ja, was hast du für'n Lack, Alter. Was ist das? Pflanzenlüpfen? Da kannst du super viel Geld bekommen. Oh, da bin ich dabei. Pflanzen. Komm. Was machen die Pflanzen? Oh, dass ich hier noch steuern kann. Das war so schön, damals. Guck mal, ich bin ich drehen. Ich mach jetzt mal den Zweik jetzt auf. Springe auf die Pflanzen, die aus den Röhren kommen. Für jede getroffenen Pflanzen bekommst du eine Münze. Okay. Du ehentiger Lacker. Hä? Hallo? Du musst drauf springen. Junge, siehst du die Steuerung? Siehst du, wie ich rumwackel? Mach du das mal, Alter. Hä? Ist ein Trampolin da, damit du nicht runterfällst. Hör, könnt ihr mich schlagen? Junge, guck, wie viel Moos du da flicksst, ey. 5, 6, 10 schon. Oh mein Gott. Oh, die Steuerung ist so schrecklich. Nein, warte. Oh mein Gott. Junge, es hört nicht auf. Alter. Wie broken ist das denn? 27 Münzen. Und ich hätte sogar noch irgendwie 35 oder so bekommen können. Tschüss. Tschüss. Tschüss, verpisst dich, Alter. Oha. Einfach mal so in Runde 1, 37 Münzen. Okay. Der Blick. Na, ich darf wenigstens auch. Ich kann nicht mal rupen. Das gab's ja noch nicht. Ach, ach, das ist doch einfach. Ich habe Hühnchen-Spiel gelesen. Hühnchen-Spiel. Muss ja alle einfangen. So. Ach, der ist. Ach, der ist. Die drehen sich im Kreis, man muss raten. Ja. Warum kann man hier springen, angreifen und eine Stampfattacke ausführen? Man muss einfach nur gegen den Gegen laufen. Wer denkt sich, ja, man, Stampfattacke. Wie die aussehen, ich liebe das Design. Ganz rechts ist er. Weißt du, wo er ist? Ich weiß, wo er ist. Ich weiß auch, wo er ist. Oben links. Oben links, ja. Hast du dich eigentlich die ganze Zeit bewegt oder hat das Mario automatisch gemacht? Das macht Mario automatisch. Alter, wie asozial. Das hat mich voll abgelenkt. Dass ich den ganzen Kreis gedreht hab, hat mich voll abgelenkt. Jetzt bist du auch ein Bonzen-Buddy. Und dein Bruder? Hat schon mal den eigenen Stern. Gut, dass ich noch nicht rübergegangen bin, ey. Muss das nicht wehtun, da drauf zu stehen? Ich meine, das sind Stacheln drauf. Naja, steht ja genau da, wo die Stacheln nicht sind. Aha. Blumige Münzdusche. Junge, ich bin doch schon reich, was soll ich noch mehr? Blutige Münzdusche. Hä? Wie wir aussehen. Ist einfach nur paddeln, ne? Guck mal, wie wir aussehen. Luigi wird jetzt richtig absahnen, aber er ist nur auf normales. Er würde wahrscheinlich noch ein bisschen was fallen lassen. Hä, wenn dann abölen. Sonnenblumenöl. Peter. 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 Peter 64. 60. Das beschissene ist halt, wir sammeln hier jeder für sich selber. Wir sammeln nicht als Team. Da sind die ersten Mario Party 3 draufgekommen. Echt, zwei auch noch nicht? Ja, zwei war das auch noch so, dass jeder für sich selber sammelt in diesen Team spielen. Komm gib mir den Cent. Nein, gibt es keinen einzigen Cent. Das ist alles mal alt. Tja Münzi Buddy, musst du mal ein bisschen mehr reingrinden. Junge, ist ja nicht so, als hättest du schon genug. Was? Ich doch nicht. Ich habe vier Münzen. Luigi 22. Alter. Der Blick. Kann ich verstehen. Seit bald ist Scheiße. Kommst du oder so zu Bowser. Ein Dollar. Du darfst durch. Jetzt, Psyche. Psyche Engine. My time to shine. Ich darf noch mal. Oh, der schmeckt aber nicht so gut. Komm mal nach oben, da ist ein Bowser. Direkt hinter dem blauen Yoshi. Oha. Und wir müssen uns das wieder angucken. Weil da ein Stern auf dem Boden war, dachte ich ganz kurz, das wäre Sean's Teil, was im Grund. Ne, das war ja in Mario Party 4. Hier ist es ja noch Ausrufezeichen. Da sind sie auch erst in Mario Party 3 draufgekommen, dass es vielleicht eine coole Idee wäre, Computerspieler auszublenden. Alter, 44 Sekunden. Und wie war dein Tag so? Ja, war ganz entspannt. Ja, jetzt kann man nicht mehr gewinnen. Aber zwei Münzen kann er noch kriegen. Wenn er jetzt sich beeilt. Es hat noch gezählt, hat noch gezählt. Ja, willst du was sagen? Ne. Alter, 40 Sekunden abwarten für 6 Dollar. Ja. Und gleich das nächste Spiel. Worth my time! Alle gegen Dom Tempo. Hm? Wuhu! Wuhu Jumpscare. Wuhu! Ich verstehe auch nicht, warum sie die Milligames manchmal neu benennen und mit anderen Mario Party sowohl es ist exakt gleich die Milligames. Ja, Mario Party 2 ist ja. Verteilen, verteilen, verteilen! Ich mach das im letzten Moment. Nein, ich komm nicht durch! Ich komm nicht durch! Oh Gott sei Dank. Warte, weil jetzt nur ich? Ich bin jetzt gerade abgezogen. Ja. Okay, komm die 5 Piepen. Dom Tendo Start! Dom Tendo Stop! Dom Yoshi! Schnauze Yoshi! Huhu! 1, 1, 1. Nö. 1, 0. Hä? Was macht der denn? Oh nein, landet der jetzt auf Fragezeichen. Wie viel zahlst du? 2 Dollar. Och ne, ey, komm, muss das jetzt sein? Hm? Dieser Hu**sohn, Alter. Ach, Mützi. Wenn man schon da einfach nach oben geht und so ganz normal denkt, ne, ich versuche es auch mit dem Stern. Nein, ich muss Mario jetzt einen Strich durch die Rechnung machen. Der arme Little Tony, der hat innerhalb von drei Runden schon zweimal das Mauer eines Fisches gesehen. Der tut mir leid. Ich hoffe, ihr nehmt nicht auf. Ja, tun wir. Doch. Ob bitte sagt, dass ihr nicht aufnimmt. Doch, wir tun auf. Könnt ihr bitte, wenn ihr aufnimmt, in einen anderen Channel gehen als den normalen Boy? Dann wird irgendwie nicht mehr rumholt. Okay. Dame Rules. Okay, das können wir ja einfach nur bewegen. Äh, ja. Exakt aus, wie du nur kannst. Wenn du genau auf der Linie bleibst, dann bleibst du genau auf der Linie. Jo, was ist das für ein Gumba, Alter? Sieht aus wie die Gumbas aus Mario 64. Die waren auch so ultra rund. Eigentlich hätte ich jetzt, habe ich gerade so den Drang an Murgel zu zeichnen. Ich bin aber nicht so gut. Obwohl, das geht ja noch. Nein! Ich habe den Kopf. Na, alter, guck dir meine Hackfresse an. Guck dir meinen Kopf an, Junge. Alter. Ja, meiner ist jetzt auch nicht der Beste. LOL! Donkey Kong hat NULL! Donkey Kong hat NULL! Hä, wie hat denn Null? Der hat doch schon ein paar Orte getroffen. Das macht keinen Sinn irgendwie, dass Punkte vergeben. Mitz! Wie lange lädt das bitte? Ja, willkommen bei der PAL-Version. Hä, aber PAL heißt doch Kumpel. Yes! Danke, Donkey Kong. Ich liebe dich. Jetzt musst du aber abonnieren. Hab ich schon. Hab ihn wieder abonniert. Echt? Ja. Was heißt der wieder? Na, es gab ja mal eine Zeit, wo ich ihn nicht mehr so mochte. Das war irgendwie so 2018 rum. Aber jetzt mag ich ihn ja so gut. Hat jetzt Tod jede einzelne Runde den Fisch gesehen? Ich glaube schon, ja. Der arme. Also, tu mir den Gefallen und lande bitte nicht auf Fragezeichen. Ich mach was ich will, ja. Oh, ist ja alles gut. Rechts ist Bowser, ne? Ja, aber wenn Bowser weg ist, dann kommt auch Tod hier hin oder nicht? Ne, Tod bleibt. Der geht nur bei einem Ereignisfeld. Also Tod bleibt dann da. Wenn ich jetzt einen Stern kriegen würde. Ich kann mich ja oben nochmal umentscheiden. Nein. Kannst nur unten. Oben, oben kommst du nur von der anderen Seite zurück. Äh, zeig mal kurz die Kopf. Nein, die andere, Mann. Danke. Wenn so eine 6 wäre jetzt auf jeden Fall verarsche. Ja, Mist. So ein Mist. Ist nicht so schlimm. Hei Tod. Ist nicht so schlimm, weil rechts sind zwei Leute, die sich direkt einen Stern krallen können und kommt Tod wieder auf die andere Seite. Hiipi! Ja! Er macht einfach genau die gleiche Animation wie Mario 65, das find ich so cool. Okay, wechseln wir heute den Stern? Wuhu! Jogi, der arme Toad, ey, der wird soo hart durchgenommen. Äh, danke Mützi! So, wieso danke, jetzt ist Bowser bei dir. Hä, war das? Äh, ich verstehe das Map nicht. Äh, Toad wechselt nur bei Fragezeichen, wenn man jetzt einen Stern kauft hat. Ach so, ich dachte, der wechselt immer, wenn man gekauft hat. Ne. Na toll. Scheiße, jetzt kriegt der den. Ja, was soll das Wützi? Oh! Backfisch, Mann! Ey! Diese Stimme geht halt überhaupt nicht, ne? Oha! Das ist die japanische Mario Kart 64 Stimme. Ich weiß nicht, warum Nintendo sich dachte. Ja, wir machen jetzt noch einen extra Voice Actor für Luigi, der ist in einem Spiel vertreten. Ja, natürlich, du dreckiger... Ich find's lustig, ich hab das meiste Geld, aber die CPUs denken sich nur so, äh, er ist der Platz. Ja. Hast du nur so ein bisschen gedehnt, 6 Münzen. Luigi ist mein Homie. Bob-Abfahrt. Boop, 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 boop. Ist ja eigentlich die Stimme von Mario, ich fand das voll krass. Eine Idee ist voll차lich, mir ist es nie aufgefallen. Ach, spam und dann steuern? Genau. Ach, die CPUs steuern die übrigens gar nicht, ne? Echt? Ja. Ten things out, schau mal bei aus. Hä? Die Musik ist anders! Ja, die andere ist aus Mario Party 2. Neiiiin! Doch, der steuert auch ein bisschen. Ja, aber du steuerst viel mehr. Junge, der geht nach rechts, der Vollidiot! Okay, der ist vielleicht jetzt auch in Mario Party 2, so wie ich meine. Oh! Mein! Wieso habt ihr denn jetzt aufgeholt, Mann? Der DK, der hält nach hinten, der bremst die ganze Zeit. Verschwindet mal! Ey! Ich will eure Kamera blockieren. Ja! Badabadu! Alter! 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 Hallo! Ja! Ihr habt gewonnen! Ihr seid fünfmal weg, ne? Oh! Ja, komm! Gehen wir uns langsam an! Ein bisschen Zeit schütten kann ich schaden. Ein bisschen langsamer. Ich hoffe so hart, dass du runterfüllst, ey. Komm, Luigi, volle Kanne nach rechts! Nein, ey! Sag doch sowas nicht! Oha, ich mach das doch! Ja, wir hatten das eigentlich gespielt, dass der Rekord hier fünf Minuten ist. Kann man fünf Minuten dafür brauchen? New Rekord! Nein, nein! Das ist ja der Rekord! Du musst an den Rekord knacken, fünf Minuten oder länger zu bleiben! Ach so! Ja, ja! Ja, wieso kriege ich jetzt was abgefuckt? Hallo? Geht's noch? Wenn du runtergefallen bist! Hallo, Lakito, musst du auch irgendwie Geld verdienen! Ach, komm! Ach, Dommi! Jetzt Geld aufteilen, bitte dann! Ja, okay, ich hab eh nicht so viel zu verlieren. Siehst du das? Wie ja alles so dreckig ist auf dem Boden! Hier überall! Da überall! Ja! What the hell? Ich bin so Artefaktor wahrscheinlich vom Komprimieren! Ja, jetzt wahrscheinlich ein Bruder! Siehens doch gar nix, man! Geil, man! Gleich will ich mir wieder ein Happy Meals Geschenk kaufen! Danke, man! Ja, hättest du mal 30 gemacht, hätte er sich drei Happy Meals kaufen können! Ah, soll ich mir dran? Ja! Das ist richtig! Das war meine Runde! Das ist auch richtig! Das ist auch richtig! Das ist auch richtig! Eine Runde! Ja, danke, Mützi. Ich bin ein armer Schlucker. Yeah, what's up, bro? Man, so dumm, Alter. Springt der quasi über das Geld drüber, ey. Ja, komm, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja. Ich hab gesagt, wir sollen die CPUs auf Hard stellen. Na, warum denn? Wie der da steht, Junge. 1,26 bekommen. Donkey Kong 20, ja. Mir fehlt eigentlich eine Münze, ne? Ja, jetzt hat er noch eine Chance, dass er nicht sein Geld abgezogen kriegt, ey. Ich hab einen Pilz eingesetzt. Guck, ich hab einen neuen gewürfelt. Warum dieser Scheiß? Was soll ich machen, Mützi? Wer soll ich machen? Was soll ich dich machen? Komm, ich mach mal dich. Nein. Okay, warte. Wer bist du? Du bist Mario. Nee, ich bin Luigi. Okay? Ich bin Luigi, denk dran, ich bin Donkey Kong. Lalalala, lalala, lalala. Ich hab doch nicht mal so viel. Mann, jetzt hättest du nicht genug... Ach, nein. Ich muss sicher gehen, dass ich den wünschte. Nimm mir halt den letzten Cent weg, Alter. Ach, ich liebe Schockzeit. Das ist super. Komm, ich darf Pause und dann schenkt er mir Geld. Mann. Du wisch. Nein, nein, warum? So dumm ist der nicht. Schade. Wieso, die sind auf Normal? Ein Dollar. Du darfst durch. Ja, aber auf Normal sind die noch relativ schwach. Die reden eigentlich erst auf Apart wirklich ein bisschen mit. Also sind wir mal wieder ein Minispiel gewinnen. Draußen bleiben. Ach, da gewinnen doch wieder alle. Das ist doch Sch***, Mann. Was ist das? Also den Minispielstern kann ich mir abschneiden. Das mit dem Schlüssel. Ach, das ist das. Da bewegen, springen und Schlüssel passen. Also bisher habe ich Minispiel und Münzstern, ne? Meinst du? Meine ich schon. Also Münstern, ja. Münstern, ja. Minispielstern, weiß ich nicht. Ja, könnt ihr machen. Ich will nicht immer am Rampen nicht stehen, Mann. Ich bin nur der 1er Magdellatino. Oh mein Gott, ganz knapp geschafft, Alter. Lass mal richtig herausfordernd. Yay, PNG von Geld. Huhu. Ganze 40 Münzen waren da drin, ey. Mario, wenn er 10 Münzen bekommt. So. So, du darfst dein Geld abtreten. Und dann auch auf Chance-Tand-Lampen, bitte. Du möchtest Yoshi helfen? Klar. Hier, mit diesem Ring schaffst du das easy. Mit diesem Ring kannst du gleich abnehmen. Schau mal, wie das funktioniert. Guck, ich verspreche dir, es wird funktionieren. Oh, ich muss immer fett bleiben, Opfer. Dank fürs Geld. Tja, das kommt. Alter. Jetzt wird er mir wahrscheinlich auch den letzten Cent klauen. Oder Luigi. Macht mir, Junge, ich hab 90. Ja, ist schlau, okay. Muss ich A drücken? Nö, kann ich gar nichts dagegen machen. Aber der klaut eh nur maximal 10 hier. Oder 15 oder so. Ist ja lächerlich. Ja. Deshalb wollte ich auch Mario Party 2 spielen eigentlich. So, der Stern ist meiiin. Nein, nichts Rolle. Mario, tu nichts Falsches. Okay. Luigi, tu nichts Falsches. Okay. Schön. Gut, dass wir uns verstehen. Du musst jetzt das Minispiel hier gewinnen. Ey, immer gegen Domi. Was soll'n das? Ey, das kann's nicht sein. Ja, aber wir würden wahrscheinlich auch dich gehen, weil du so f***ing ultra viel Geld hast. Der kriegt hier ein Drittel von dem, ne? Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich diese Puppen seh. Guck mal, wenn du jemanden greifst, erhältst du ein Drittel der angezeigten Münzen. Ja, Mike, da bist du jetzt natürlich das Ziel Nummer 1. Ähm. Aber der ist nur auf Normal gekommen. Das schaffst du eigentlich. Nein, nein. Der Sack, der Sack. Der ist safe für dich. Der kriegst du. Ich verspreche es dir. Oh nein. Oh nein, der kann... Lass mich los! Danke. Siehste. Frau! Dame! Keiner Blick. Das Bescheuerte ist, ich konnte nicht mal Geld gewinnen jetzt. Jetzt wüsste ich wahrscheinlich zu viel, oder? Was macht der denn? Hä? Warum will der da bleiben? So, das ist mein Stern! Nein! Oder ich würfel eine 4. Ja, ich kann auf deinem Rücken reiten! Nein. Okay, aber ich habe trotzdem den Stern. So, jetzt verschwinde! Okay. Kriegst du noch was in Rachen? Ey, willst du noch mehr Geld? Die greiften, werden immer reicher. Hey, möchtest du ein Minispiel spielen? Die lieben mich. Tanz den, live online. Nein. Das ist so mies. Das ist so schwer, das Spiel. Das kann ich nicht. Wie die aussehen, die Toads. Und schatz einfach das Modell nochmal re-usen, was wir schon haben von Toad. Nein, sie macht mein Neues. Ja, ich meine, so kann man auch tun, als würde man gerade arbeiten. Oh, Alter! Nicht so schnell, nicht so schnell. Wie der ganz langsam wie ein Zombie aufsteht. Ey, ich hab's geschafft! So. Let's go! Results! Ach ja, wenn's doch nur Items gäbe. 3, 2, nee, 2. Ne, nur 5, würde ich jetzt pass auf. 2, 2, 2, 2, 2. Ich hab das Gefühl, das Spiel will nicht, dass du gewinnst. Weil Donkey Kong das wusste, ist er nach rechts gegangen. Meinst du? Ja. Meinst du? Die Würfelzeilen werden, die Würfelzeilen werden ja am Anfang der Runde entschieden. Und nicht erst, wenn man den Block trifft. Aber das ist auch normal. Und Donkey Kong wusste das? 3, 3, 3. Ja, der kriegt jetzt erstmal sein Geld abgezockt. Hey, du schlanker Kerl, willst du noch schlanker werden? Ja, schau mal, damit wirst du so dünn wie ein Streichholz, ne? Wirst du mal ausprobieren? Boah, ich stehe mal so dünn wie du, du kannst nicht noch dünner werden. Du bist schon Skelett, Mann. Du bist schon Skelett, Mann. Du Fettsack. Du Fettsack. Boxen auf, Wahnsinn! Da kann ich endlich... Aber, Mann, wenn ich jetzt was gewinne, nehmt Bowser mir das eh wieder ab. Das ist doch scheiße, Mann. Das ist doch sogar Art und Weise, Super Smash Bros. zu sagen. Boxenhaufen Wahnsinn. Ja, wir wissen alle, was geht. Wenn ich nicht spüche, dann muss ich noch was gewinnen jetzt. Du Drenksack! Ja! Ich mach dich so fertig, ne? Ey! Hä, ich schmeiß den gar nicht weg. Wie macht er das automatisch? Das sind diese Nieten. Danke, Mario. Sehr lieb von dir. Warum keine vier? So, was soll ich nochmal würfeln? Zehn. Geh doch mal nach rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Du bist doch nicht zu Bowser, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich könnte es für dich wechseln, Mützi. Naja, ich mein, du musst so oder so dann zu Bowser. Hä, wieso muss ich zu Bowser? Na, weil links Bowser ist. Und wenn du nach oben bist, bist du links. Du kannst da rechts nicht nochmal rüber. Ich hab dich gerade gefragt, soll ich für dich das wechseln, dass er bei dir Toadets ist? Ja. Ja? Ja. Wie steht's mit dir eigentlich? Ein Stern, 20 Münzen. Hm. Ja. Interessant. Und keine Bonussterne. Wollen wir bei der Fluidgy gehen? Können wir machen. Okay. Ehrenmann. Ich hab sowieso genug Geld. Mir ist das egal, ob ich 30 Münzen mehr oder weniger hab. Damit mir niemand folgt. Alter. Alter, Junge. Die Assoziation. Was denn, wenn ich's kann? Immer diese Reichen, ey. Mit so einem Stern musst du so viel ausgeben wie ein Stern. Oh, der arme Toad. Du siehst mal, wenn ich dran schuld. Oh, das tut mir so leid, Toadie. Du Assi. Ja, würde schön. Um so nur mal sicher zu gehen mit 10. Die wollten's unbedingt, dass ich zu Bowser gehe. Yippie. Möchtest du nicht, willst du nicht zu mir rüber gehen, Mützi? Kann ich doch gar nicht. Ja. Das war so klar. Das hat sich für mich gelohnt. Ich spiel's so hart am Lutschen bei dir. Wie der arme Toad. Der arme Toad. Hä, wieso denn? Ich hab das für dich gemacht vorhin. Ja, aber jetzt stehst du schon wieder vorm Stern. Es kommt immer noch alles passieren, Mützi. Und ich kann rechts nicht lang. Außer ich gewinne jetzt dieses Milispiel. Wenn ich zu wenig Würfel, könnt ihr noch alles drehen. Wüstensprint. Haben wir schon gar nicht gut drin. Ja. Da musst du mal links, rechts, links, rechts machen. Ach, nicht das. Ich hasse das. Mit wem bin ich im Team? Mit Luigi, glaube ich. Ich spamme einfach. Das funktioniert am besten. Ich muss doch nur auf ihn warten. Ja, toll. Wozu die ganze Mühe, wenn wir jetzt sowieso gleich auf sind? Obwohl, obwohl. Ja, Donkey Kong ist so schlecht, Mann. Der kann gar nicht. Ja, let's go. Luigi, du bist der MVP. Du bist der Goat. Let's go. Guckst du dich sogar Goat? Also fast. Mann, ich hasse das. Ja, jetzt krieg ich natürlich wieder was abgezogen. Hä, warum krieg ich denn was abgezogen? Ja, und deshalb passe ich Mario Party 1 auf. Man kriegt für jeden Sch*** Geld abgezogen. Obwohl man nix falsch gemacht hat. Ich habe das Mario Party 2 auch so viel besser. Da gibt es so eine Sch***. So. Wird Zeit für einen neuen Stern. Und dann nochmal wechseln. Jetzt bringt es mir auch nix mehr, Mann. Das wechselt literally jede einzelne Runde bisher. Also ist auch nicht so ein Geruch. Ja, ist es. Alter, ich kann einfach jemanden mit dem Stern klauen. Ist es, läuft. Norm. Das ist bestimmt fünf Jahre älter. Nee, fünf Jahre jünger als ich. Wie war das nochmal mit dem Münchstern? Der insgesamt mal hatte oder am Ende der jemals die meisten hatte. Okay, also wenn ich jetzt mein ganzes Geld ausgebe, habe ich ihn auch trotzdem noch. Ja, richtig. Äh, Junge? Achso, er hat wahrscheinlich, er hat doch Geld. Er kann doch die 21 Münzen zahlen. Warum macht das nicht? Ja, dann muss er nochmal 30 bei Bowser bezahlen. Vielleicht hofft er hier, dass er nur 10 Münzen abgeben muss. Der Bowser-Umbruch? Der Bowser-Umbruch? Der Bowser-Umbruch? Oh, es ist Zeit für den großen Umbruch, ich kann nicht mehr böse sein. Was? Was? Hast du, achso, das ist Bowser-Revolution. Was? Nein, 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 mein Geld. Also mir gefällt es. Genauso wie Luigi heute gerade rum. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass ihr jetzt durch die Brücke endlich kommen könnt oder dass ich kein Geld mehr habe für den Büro. Äh, ich kann das nicht. Ah, ich bin die, ich bin, okay, wir müssen alle gegen Luigi, finde ich in Ordnung. Zeigen, wem was er verdient hat, dass er sich jetzt einfach bei Bowser uns allen Geld gegeben hat. Äh, was? Ich leise drunter, okay? Ich kann das Match, aber überhaupt nicht. Komm doch jetzt mal nach vorne, dumme Pflanze, Mann. Echt so? Mal Luigi, machen Fehler, machen Fehler, machen Fehler. Mann, ey. Toll. Wir können das gar nicht gewinnen, weil er keinen Fehler macht. Ach, toll. Weiß so, und wir kriegen nochmal minus 10 Münzen alle. Achso, ja, stimmt. Da zocken wir so auf unser Geld an. Toll, da habe ich auf jeden Fall gar keine Chance mehr auf dem Buhu. Nein, man muss fünf. Alter. Jetzt mal eine gute Laune weg. Alter, ich würde gar nichts stehen, Alter. Was? Junge, die fünf Münzen kann ich mir sparen, die ihr mich stehlt. Wenn überhaupt. Vielleicht gibt es auch nur ein oder zwei. Oh, ach, das ist doch, okay. Krass. Geht doch noch. Ich muss an meinem Kreisrenn eigentlich. Oh nein, wo landen wir uns? Ah, hast du noch mal Glück gehabt? Ja. Ich habe es schon wieder vor mir gesehen, ey. Oh, ja, ich habe es schon wieder vor mir gesehen. Oh nein. Oh nein. Ich hoffe, wir fallen wieder runter. Ich meine, viel Glück. Ja. Komm, wir müssen die blockieren. Blockieren, blockieren. Ey. Ey, ey, ey. Was habt ihr vor? Was habt ihr vor? Nein, 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 nein. Ich blockiere dich gleich auf Twitter. Oha. Oha. Damn. Was, was macht ihr da? Ey. Oh, die Kurve war gut genug. Nein. Ja, die hingegen scheiße. Ey, du hattest vorhin noch nicht, dass ein Team ist verloren, ne? Ich habe jetzt so ein Team ist verlieh ich. Es liegt alles an ihm. Ja, gut möglich. Die CPUs, da ist immer einer besser als der andere, auch wenn ihr auf der gleichen Schwierigkeit seid. Aber guck mal, warum holt ihr jetzt so hart? Halt auf, Alter. Tee, 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 tee. Nein, ey. Piss dich, Mann. Halt runter, jetzt. Los. Oh, mein Gott, nein, 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 nein. Los, los, los. Yeah. Immer wieder was abgezogen, ne? Tee, tee, tee. Luigi, was ist denn mit Luigis Face los? Höh? Pff. Hä? Was ist mit seinem Gesicht los, Alter? Ja, zieh mir noch was ab, Alter. Nintendo Switch Online, erweitere dein Spielerlebnis. Haben sie eine gute ROM gedampft, ne? Ja. Hier. Gib mir mal das Geld, was Yoshi dir geschenkt hat. Ich möchte mir eine neue Villa bauen. Hab, überhaupt so noch Fettopfer. Naja. Naja. Naja, lass rüberwachsen. Höh, der ist wie auf dem Boden steckt. Mann, verdammt. Ach, Junge. Boden ran. Hat er das nicht vorhin schon? Ja. Maik, du weißt, was das ist. Kein Jahr, kein Fußball. Also, wenn ich das verliere, dann, äh... Ey, das sieht man zwar leider. Kein Jahr, kein Fußball. Ich lach schon vorher, weil ich weiß, welche richtig ist und welche nicht. Junge, was macht der an? Oh, 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 oh. Komm schon, komm schon. Ja, ja. Ich verliere ich wieder. Ja, kein Jahr, kein Fußball, Alter. Mann, er hat es noch geschafft, Alter. Mit so vielen Fehlern, Alter. Jetzt immer einen richtigen, einen falschen. Einen richtigen, einen falschen. Ich sehe da irgendwie ein gewisses Muster. Der Blick von allen. Man, you got the house, great laughing. Hä, was? Ja, links ist doch der Stern. Ja, viel Spaß. Keine zwei jetzt. Du Assi. Müge, zwei, zwei, zwei. Ja! Mann, du Assi! Mann! Das gibt's doch nicht. Die verarsche ich so hart. Das ist einfach nur noch offensichtlich, Mann. Jetzt kommt wieder ein Mützi an. Boah, ey, Mike ist nur nach rechts gegangen, weil er wusste schon, dass das jetzt passiert ist. Und ist auch ein CPU, Alter. Witzig, ich hab's dir von Anfang an gesagt. Jede einzelne Runde wird getauscht. Gefährlicher Seitentanz. Ich glaub, das hatten wir noch nicht. Ja, genau. Da muss Luigi jetzt hier drüber balancen und wir können uns bewegen und mit A kann da und Kugeln schießen. Okay. Du, wie die Steuerung für uns Boot ist so weird. Guck, alles geht daneben. Hallo? Hallo? Ich treffe dich ein einziges Mal. Ja, hat's geschafft. Ich kann sogar euch treffen. Warum auch immer. Jetzt fallen um. Na. Hier habe ich überhaupt schon ein Minispiel gewonnen. Nee, glaubt nicht. Doch, ich glaub schon. Ja, am Anfang eins oder so. Ja, wem möchtest du denn das Geld klauen? Ja, war klar. Oh, Wunder. Sieben, nicht weniger. Elf, Alter. Du meinst, war nur 10? Nein, 10 oder 15. Meistens sind es 10. 15 habe ich aber auch schon mal gesehen. Ja, Junge, was ist denn mit diesem Affen, Alter? Schade. Ich hätte sich in 9 würfeln können, ey. Ich helfe dir aus mit 10. Oh mein Gott. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Das Spiel hat Mitleid. Nein, ich habe Mitleid mit Sie. Ist so ein guter, Yoshi. Danke. Ich werde dich. Weißt du, wenn ich kurz davor bin, runterzufallen, werde ich nicht von dir abspringen. Ich werde zusammen mit deinem Leben. Oh. Jetzt hole ich den Stern. Los. Jetzt hole ich den Stern. 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 Pass auf, eins. Nein. Nein. Das hast du dir selbst eingebrochen. Da kann ich nichts für. Ich habe dir versucht zu helfen. Wenn du die hilfe nicht akzeptierst, dann kann ich das auch nicht ändern. Das ist halt so offensichtlich gegen mich. Das gibt es echt nicht. In keinem Mario Party Spiel ist das so schlimm, dass sich ein Spiel so hart gegen einen Spieler stellt. Würde ich. Und das Schlimmste ist ja, weil es keine Items gibt, kannst du nichts dagegen tun. Du kannst rein gar nichts tun. Ich hätte jetzt in Mario Party 2 einen Pilz einsetzen können, um wenigstens auf Nummer sicher zu gehen. Aber hier, du bist dem Spiel ausgeliefert. Du kannst rein gar nichts tun. Das Spiel entscheidet und du musst damit leben. Ach, Mützi, hättest du lieber in Mario Party 2 10 Münzen für einen Pilz ausgegeben, weil du kein Geld mehr gehabt für den Stern. Ja, hätte ich halt ein paar Minispiele mehr gewonnen. Ja, hat man gesehen. Hier wurde ich ja auch konstant verarscht. Es kam entweder Spiele, wo das andere Team im Vorteil war, oder der CPU war kacke. Oder ich hatte halt Pech, wie bei dem Boxspiel. Rennen. Da kommt wieder so eine Sch***, die ich einfach nicht kann. Siehst du das? Was ist das mit den Köpfen und den Autos? Ja. Ja. Lightning McRio. Und du bist Lightning McRio. Hä? Wie machen wir die anfangen? Du darfst vorher nicht drücken. Bei dem Timor. Ach so. Glaube ich. Ey, ihr seid viel besser als ich jetzt. Ich hab echt ganz gut, ne? Ja, die läuft. Aber Innenbahn mag ich überhaupt nicht. Dann ist man... Ne, Außenbahn ist das Beste. Ne. Ich bin eher so gerne mittig. Echt? Ich mein, Außenbahn kannst du zwei eigentlich durch... Und dann passiert so was. Ja, bei mir aber auch. Guck. Außenbahn kannst du zwei in der Regel durchdrücken, aber dafür hast du auch den längsten Weg, ne? Ja. Und das hast du gewonnen. Ich gewonnen? Bei mir saß die ganze Zeit schlecht aus. Ich mag das Auto. Bei mir sah es gut aus, bis ich auf der Außenbahn war. Kann nichts mehr passieren, ne? Doch, doch, doch! Er wächst aber noch mal für dich. Er wächst doch mal. Aber, ne, jetzt würfelst du wieder eine 4 oder so und dann geht's wieder zurück. Ey, ich find das so lustig. Jede einzelne Runde, ohne Ausnahme, wird die Tolls in den Maul von diesem blöden, großen Fisch gestoppt. Jetzt würfelst du wieder eine 5 oder wie viel du brauchst, um auf ein Fragezeichenfeld zu landen? Ja. Und dann geht's wieder zurück und dann wird Bowser mir wieder mein Geld. So wird's jetzt passiert. Tot hat er es an den Augen. Hm? Ja, hab ich dir gesagt. Das Spiel. Bitte schön. Das Spiel ist sozial zu mir? Was? Hä? Ich möchte nur sagen, wäre ich nicht am Anfang auf dem Fahrzeugfeld gelandet, dann wäre jetzt die Bowser wegen euch beiden. Ja, das stimmt. Jibiii! Junge. Ey, lass den Tod doch mal in Ruhe, Mann. Hat sich genug gelitten. Der wurde so oft verspeist, Alter. Ey, Junge, Bowser hat eine Weltreise erlebt. Wir gehören vor allem das Titelspiel so ultra in die Länge, weil wir jedes Mal diese Scheiß-Katzien schauen müssen. Wir haben bestimmt schon 2 Minuten diese Kack-Katzien einfach so gesehen. Das ist nicht normal. Ja, komm, geh doch mal rechts. Ja, komm, bezahlen doch. Ja, das wäre dann bitte ein Zeitsmünzen. Ist er bescheuert? Dankeschön. Und dann ist er auch Fragezeichen. Bowser, Bowser. Hä? Was ist jetzt seine Mission? Normal kommt's, kann man nicht verstehen mit Sie. Und es kommt auch, es kommen auch nur Scheiß-Spiele, wirklich. In einer Tour. Ja, das stimmt. Ja! Ach, nicht das, nein! Schnipsen. Du musst schnipsen. Schnipsen, Mike. Schnipsen. Junge, noch mehr, noch mehr, äh, Drift. 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 Nicht, aber ich hab ganz leicht gemacht. Es ist so, es ist so dumm. Dieses dumme Drecksspiel, Mann. Dreh doch, hallo. Alter, das ist so kacke. Hä? Ey, hallo, ich mach doch. Komm, 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 komm. Nein! Ich kriege keine Unzugs zusammen. Und dann auch noch diese Musik. Ich habe nicht bis hinten gedrückt. Du bist ein Drecksspiel, Mann. Ja, mit dem kleinen Finger, mit dem kleinen Finger. Der ist so klebrig. Ja, eine Minute. Ja, fünf Cent. Das war mein größter Schatz heute. Oh, komm, komm, der eine Cent, der eine Cent. Let's go. Hoho. Mach ich, wenn er einen Cent bekommt. Na, besser als nix, ne? Ja. Achso, der Stern ist ja rechts. Ja. Ich frage mich so, hä, was macht denn dieser Vollidiot? Ja, du kommst aber nicht rüber, ne? Du brauchst 22 Minuten. Digga, ich hab doch nichts. Hä? Ey, wir müssen nur mal sicher gehen. Ey, eben hat der auch den zweiten geklaut. Was soll denn das? Alter, und dann 12 Minuten. Ey, das Spiel hasst dich so sehr. Unglaublich. Das ist so unf- Das ist lächerlich. Weißt du, es ist schon so viel... Ist in diesem Spiel passiert, aber ich hab's noch nie gesehen, dass sich der Spiel so hart gegen einen Spieler gestellt hat, wie dieser. Ey, Bowser, ich bin knapp bei Kasse, ich hab immer Geld, dass wir rüberwachsen hier. Mann, Bowser-Revolution, ich brauch einen Münzen. Boah, aber dieses ist so dreckig, Bowser. Großes Münzprügel. Mike, weißt du was, weißt du was, was ich jetzt machen werde? Nein, nicht mein Geld. Witzig, witzig, ich hab dir den Stern geschenkt, ja. Ja, warte doch mal, warte doch mal, warte doch mal. Ich glaub aber, ich werde dich einmal hauen, weil wenn man nicht zuschlägt, verliert man selber 15 Münzen. Ich mein, ich hab nix zu ver- Na wohl, wie viel Münzen hab ich zwei? Okay, dann ist mir das eigentlich egal, dann mach ich nix. Guck, ich hab zwei Münzen. Nein! Nein, Geld! Zwei, zwei Münzen. Nur weil ich reich bin. Ich bleib bei dir, du beschützt mich. Ey, 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 was soll das? Kann ich die anderen hauen? Ne, okay, okay. Nein! Verschwendet! Nein! Es gibt ja hier einen Glitch, wenn du es irgendwie schaffst, hier unendlich auf den rumzubauen, so endet das Spinni-Spinni. Loll. Ist natürlich unwahrscheinlich, aber es gibt Leute, die haben das reingehackt, dass man die ganze rumbauen. Wie viel hab ich verloren? 10, 15, ist okay. Ist schlimmer als hätte der Bowser mir jetzt. Ja, 15. Hätte mir auch 20 direkt wegnehmen können, also ist okay. Ja. Ich hab noch genug für den Büro. Gleich nicht mehr, da vorne ist der Stern. Das würde ich nicht sagen, Mützi. Tod wird doch sehr gerne in den Mund des Fisches gesteckt. Ach komm, Luigi, das war jetzt dein Auftrag. Ach. Ja, und dann willst du 30 Münster in Bowser auftreten. Ne, ich hätte so lustig gefunden. Ey, es gibt fünf Minispiele nicht. War jetzt schon wieder die Blume? Die haben dann eine Nullhilfe drangehangen. Die haben dann eine Nullhilfe drangehangen. Ohne... Alter. Ach, ich bin da oben. Hey, das ist nett. Dankeschön. Ja. Wenn ich jetzt 20 Münzen kriege, dann hab ich ziemlich gewonnen. Ja, die ganze Partie hab ich dann gewonnen. Dann kann ich mir nächste Runde zwei Sterne holen. Ich bin zufrieden, wenn ich bei diesem Betrug hier noch Zweiter werde. Ach, die Steuerung ist aber schrecklich. Hier, 1 Cent schenke ich euch. Damit ihr auch noch mal ein bisschen was betteln könnt da unten. Nur verschiedene betteln, weil das sind zwei Wörter, die gleich klingen. Ich kann springen? Wozu kann ich springen? Das ist doch voll dumm. Kannst du auch runterfallen. Also ich glaube, das waren 20. Das müssten 20 sein. Ja. Eine Münze. Oh! 30! Wieder mal richtig abgeräumt hier. Und so gut war ich gar nicht mal. So, es ist zwar offensichtlich, dass wir mützig verarschen, aber ich würde es noch mal jedem in die Nase drücken. So, also. Ja, mützig ist erster. Ja, aber wir mögen ihn nicht. So, und ich glaube, Yoshi wird gewinnen, aber das seht ihr ja die ganze Zeit, wenn ihr mal einmal mitgeschaut habt. So, doppelter Wert. Alles. Ihr kennt das schon. Das macht ja einziges Besonderes. Eins. Na, wir haben keine zwei. So, Baby! Gib her, Mann! Ich hab Bock auf einen Stirn! Nächste Runde. Noch nicht. War irgendwie klar, oder? Jetzt, jetzt doch mal Fragezeichen fällt. Ich weiß es einfach. Da ist auch eins. Wahrscheinlich wubbelst du nächste Runde in der 1 und ich stehe dann links bei Bowser. Lützi? Nein! Du kann nicht. Ich hab nicht genug Geld dafür. Das war nicht meine Entscheidung, ja? Du hast das Limit so hoch gesetzt. Aber Luigi hat gezahlt. Ich hab damit nur Luigi sein Geld ausgeraubt, ja? Ja. Jetzt steht Bowser direkt vor dir. Und Luigi. Das ist mit der Nase. Nein, Luigi! You had one job! One job! Pfff! Reise nach Toad City! Oh, ne. Nur bei'n Tanz. Wieder so'n... Riesigen Buru, ne? Es gibt nur 5 Minispiele, ne? Ja. Ja, es gibt 5 Minispiele, ne? Ja, es gibt 5 Minispiele, ne? Ja, es gibt 5 Minispiele, Junge. Bereit? Los! So! Schrag mal bitte Luigi. Meine Donkey, komm, mach das schon. Schrag mal bitte Luigi. Der war besessen. Der war besessen. Ja, ich bin auch besessen von diesem blöden Toad. den du jetzt weggeschickt hast. Wann komm die denn mal runter? Jetzt ganz schnell hoch! Ganz schnell hoch! Noch nicht. Schnell! Ich bin ein Zombie! Renn! Renn, Luigi! Los! Gut, es geht doch. Wie es perfekt rein landet. Auch so zusammengeschraubt schon direkt. Ja, auch ein bisschen riskant die Glühbirne da einfach reinzuschmeißen, so. Ich schmeiße sowieso gegen die Wand. Mit deinem Boku. Nice! Jetzt ne 4. 4, 4, 4! Ach man! Nein! Egal! Wisst ihr was? Egal! Ich hab genug Geld für den Boku. Alter! Ist nicht deine Ahnung, oder? Du darfst sogar noch mal ne Runde spielen. Hey Yoshi! Lass mich mal auf dich reiten, man! Was ist das? Ja! So würde sich anfühlt, wie ich auf deinen Rücken steigen würde! Jetzt gibt was Geld, ja! Nichts weniger Koopas fressen, alter! Ey! Einfels! Ja, da vor mir ist einer! Hä? Finde den Anführer der Boku. Ist der Anführer der Boku, der sich als Erster bewegt. Hä? Ja? Ja, du musst, äh... Ich hab bestimmt welcher Boku sich zuerst bewegt. Wie viel Zeit hat er quasi... Also die tanzen jetzt quasi so ein bisschen rum und du musst halt herausfinden, welcher halt das Kommando vorgibt. Ja! Die Blicke, wie süß! Glaube ich weiß nicht. Ne. Das ist doch nicht. Das war der unten links. Hä? Oh, Alter! Was machen die mit dir? Äh... Hä? Äh... Äh... Okay, ich hab noch genug Geld. Alles klar. Die haben sich einfach rumgebracht. Ja, passiert! Yoshis fallen ständig in den Abgrund. Zwei, zwei, zwei! Nee. Hm, tatsächlich nicht. Ach, vielleicht krieg ich ja noch einen Stern noch. 3, 3, 3, 3, 3, 3! Nee! Nächste Runde würfelt Luigi nur zwei. Wie haben wir denn... ...dieser dreckige... Hast du das nicht vorhin schon gehabt? Nee, das ist in Mario Party 2, gibt's auch. das ist ein lasst mich in ruhe ich möchte jemand den stern klauen wir hatten noch viel geld die kehrt 63 was gedikel müssen wir klauen ich hab doch eh nichts was willst du von mir man ja was ja ich hab ihn ich hab doch wie sehr viel super hero capes sind so beute warum ich krieg nur zwei cent von ihm wahrscheinlich nein okay es geht nicht mehr echt jetzt die drei hat ein cent verloren das ist mies mit ich möchte gerne zahlen bowser nächste runde ich weiß wo ich lande ich sage gleich sterne stehlen ja maria 3 aber du hast unsichtbar 4 was wir kurz sehen wer ist am nächsten okay du bist am stern oder da kannst du nach links auch zum stern ja da kommst du nach links ja theoretisch wir hatten doch eine abmachung wir gehen auf luigi dachte ich ich überlege ob ich vielleicht lieber aufs donkey kong gehen will ja kannst du machen hey komm komm wir haben es abgesprochen dankeschön klant nach links ich hoffe der rundfristig wauwau luigi schreiðt rum so schön 3 ylst nach links Oh, cool. Noch mehr Geld. Ja, wie wär's, wenn du dein ganzes Geld mal hier lässt? Ne, man. Zwei Cent. Mehr kriegst du nicht. Zwei Münzen Zoll. Du musst Zoll bezahlen. Papier abholen. Nein, Zoll wäre wirklich die zwölf Cent gewesen. Ja, nicht zwölf Cent, die zwölf Münzen. Pedal in Power. Aua. Miau, miau, miau. Schau dir deinen Handschuh an, nicht, dass du diese Hand innenfläche zerfetzt. Ach so, ja, okay. Zieh jetzt extra meinen Michael Jackson anschauen. Hä? Ist schon durchziehend. Komm schon rein, es ist doch hell, es ist doch hell. Hallo, es ist doch hell. Es ist doch hell. Betrug. Du hast es gesehen, wie hell es war. Es wäre hell als mein Zimmer. Ja, mein letztes Geld, ey. Soll werde ich niemals gewinnen. ... Oh Mann, mützi. Ich zieh mir halt noch den letzten Sch**s ab, dass ich null Term System... kann nicht mehr reden zu große verarschen die chancen auf den stern das ja auch immer wieder sehen muss jetzt dreht es sich noch mal er redet noch dreht sich auf was auch weiß was jetzt passiert ist dann mit luigi auf blau und dann kommt großes münzprügeln ein armer bandit das müssen wir gleich sagen wir nichts verdient ein armer ein armer bandit der nichts verdient so pass auf luigi auf blau gelandet ich bin der einzel spieler und jetzt kommt großes münzprügeln sagen es voraus den münzblock das war das bitte nicht daran denke dass wir mit dem doch genau das war nicht denken wir haben das kriegen springen und ich starte halt mit dem hey ich weiß die steuerung wir haben b junge was ist hier drin was ist hier drin was muss hier drin sein yo 15 lasst mir den cent ja einzeln hey wieso darf sich die restlichen zeit ist noch verprügeln ich glaube es reicht nicht doch doch reicht und wie es reicht reicht jetzt und soviel 12 kannst du nicht genug davon haben fett abzunehmen was ich hoffe nur du weißt dass ich jetzt gern bis was ich mache aber trotzdem danke fürs geld jetzt klaut er mir geld eine münze eine münze eine münze das ist so lächerlich mit sie du tust mir so leid versteckte blöcke gibt es ja noch ach so die müssen erst verkaufen ich finde es aber so dumm dass man gameplay features freikaufen muss irgendwo sowieso wie wenigstens habe ich noch einigermaßen chancen auf den stören der arme tod das sieht man sich an den tod auslassen aber selbst wenn das der e5 sterne na kaufst du mir jetzt ordentlich den rest was ich noch hab alt das macht keinen sinn ja immerhin herr woche klar doch donkey korn jetzt so viel geld aber du bist erster 15 oder 14 genauso wie du 33 ja gewonnen bin ich so gut darin an es war das ich bin da auch nicht gut drin ich habe gedacht wenn anderes ich glaube mit sie weiß welches der eke 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 du bist nicht gut doch siehst du wie schlecht ausgeschnitten das ding in der mitte war letzte runde kann so oder so nicht mehr gewinnen es hilft aber mir glaube ich schon nächste runde das letzte runde nach das letzte runde der arme tod der muss gleich mal dick fett duschen ich hatte die theoretisch damit geholfen aua und jetzt hast du das geld guck wie lächerlich dass ich halt gerade in einer runde 30 münzen gekriegt ich hoffe wie oft noch wie oft noch das reicht jetzt lass den tod in ruhe naja immerhin bin ich sicher zweiter draus gemacht hier dass er doch lächeln kann wüstensprint ja es gibt nur fünf minigames ne ja ja das ist so dumm es ist so 50 mini spiele in diesem spiel und in 20 runden kommen immer dieselben 7 8 oder so ich meine der sonne da gehen sie doch schön aus lustig alter lüge ist viel besser eine minigame zieht es vor schlechten minigames heute ja siehst du dir kann nichts ja jetzt aber auch nichts mehr wieso das minigame gewonnen ja toll ich habe vielleicht zwei gewonnen und ich habe kein geld mehr so leute wer wird wohl gewinnen boah das ist total spannend so am meisten geld luigi so spielstern kriegt joshi den münnstern kriegt joshi den münnstern kriegt joshi und ein ereignis dann kriegt joshi nicht mario boah wer jetzt wohl gewonnen hat ich hoffe ich aber ich finde es krass dass trotz dessen dass ich so hart verarscht wurde dass ich trotzdem nur ein ja ich habe dich auch gecarried ja du hast mir aber schon geholfen ich habe dich auf den zweiten platz gecarried neuer mir weinen hat hier der richtige gewonnen stimmt meiner map jetzt könnten die dann nicht einfach drüber springen stimmt willst du mich heiraten die springe hat er verdient hat er verdient richtiger luigi moment die kamera nein warum ich war in mario party 4 gewohnt wie man das bild mario schummelt was denn das guck dir mal donkey kong an und wie hat er das netz runterziehen ich bin donkey kong ist so geil macht einfach pogg alter guck dir peach an das gesicht da ist kein gesicht ich bewundere immer auf den pogg noch einkaufen bestätigen muss man raus will möchtest du wirklich rausgehen ich bin nicht so ganz sicher ich will nichts kaufen die prioritäten stehen oben und nur 50 cent casino box ja entweder man kriegt doppelt oder halb so viel nach jeder runde kann man zumindest noch mal wenn man glück hat das ist wie ein münzblock eigentlich so ein verschickter münzblock ist dafür nicht so viel geld wie du halt würfelst ja finde ich eigentlich ganz gut bei der minus block ist kacke da verlierst du so viel geld wie du würfelst den euch beim nächsten mal dann ja fürs chaos mit sie fürs chaos kann das gegenstehen über mir abholen ja kommt zeig mal ist alles aktiviert für nächstes mal was heißt denn using möchtest du ihn haben ja jetzt benutzt du den ah ok guck mal musst du ihn erstmal abholen jetzt wird er ist benutzt ok so